Durch das schlichte Verkauf des Glaubens, Hoffnung weiterzugeben. Holy Spirit, You come to lead us far from our expectations and doubts. And You call us to communicate a hope by the simple trust of our faith. Holy Spirit, You come to lead us to our expectations and our thoughts. And we are going to transmit our hope through the simple truth of our faith. Holy Spirit, You come to lead us to our church. Holy Spirit, You come to lead us to our daily prayer. Holy Spirit, You come to lead us to our faith. Der crying, ich gehe zu uns Mit der keinen Kundernusik die sich um die Gelegenheit an der Gelegenheit. Geber Geben, du dich so, um das zu verlangen, von uns die Garten und die Garten zu verheir, und bitte, um das zu verraten, um die Garten zu verhalten, um die Garten zu verhalten, um die Garten zu verhalten. Musik 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 Vielen Dank.